Jo Leute und willkommen heute mal zu einem anderen Video als in den letzten paar Wochen. Denn wir machen heute kein Fortnite-Video. Ihr seht ja schon im Titel, wir fahren mit der AIDA Sol durchs Mittelmeer. Ja, ich sitze gerade zu Hause, ich nehme das gerade mit dem Handy auf, weil meine Kamera schon eingepackt ist. Und wir fahren gleich nach Frankfurt, da übernachten wir dann eine Nacht. Von da fliegen wir dann nach Mallorca. Und von Mallorca beginnt halt unsere Reise durchs Mittelmeer. Heute, es ist ja jetzt schon Mittag, weil ja heute noch unser letzter Schultag war, also haben wir nur noch einen halben Tag, zeige ich euch einfach die Reise zwischen unserem Heimatdorf hier und Frankfurt, genau. So Leute, wir sind jetzt gerade in Frankfurt angekommen. Wir sind gerade noch im Parkhaus und gehen jetzt hoch ins Hotelzimmer. So Leute, wir sind jetzt hier in unserem Zimmer. Hier im Dunkeln die Toilette. Ganz schick. Dann hier, hier ist eines der Schlafzimmer. Auch ganz schön. Und hier dann ein Kleidezimmer. Und hier ist noch ein anderes Schlafzimmer. Auch ganz schön. Leute, das habe ich ganz vergessen, habe ich gar nicht gesehen, als ich hier reinkam. Hier im Zimmer unserer Eltern ist noch ein anderes Bad. Auch ganz schön. Guten Morgen Leute, wir sind gerade aufgewacht, nee aufgestanden und haben uns fertig gemacht. Jetzt ist es glaube ich gerade halb fünf, wie heißt es? Und wir gehen gleich runter zum Flughafen. Ja, ich bin mega müde. Glaube ich, sieht man mir auch an. Ich würde sagen, wir gehen los. Wir essen hier auch nichts. Wir machen das alles am Flughafen. Also bis gleich. So Leute, wir sind jetzt am Flughafen angekommen, haben gerade was gegessen. Und ich sitze jetzt an so einer mobilen Handyaufladestation und lade mein Handy auf und meine Uhr. Und ich bin mega müde. Und ich bin mega müde. Amen. Erfolgreich gelangt und wir holen jetzt unser Gepäck. Leute, wir sind jetzt gerade an Bord gekommen und wir haben jetzt hier nochmal im East-Restaurant spätes Frühstück. Ja, ich finde es immer richtig schön auf eine Aida zu kommen, da fühlt man sich richtig wie zu Hause. Ja, ich finde es sehr schön. Amen. 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 So, für uns geht's jetzt ab zum Essen. Wir gehen ins Marktrestaurant, oder? Jo, super. Genau, wir gehen jetzt ins Marktrestaurant essen und ja, bis gleich. So, wir sind jetzt fertig mit Essen und mein Bruder und ich, wir gehen jetzt noch mal kurz Tischtennis spielen oben an Deck. Leute, ich hab mir gerade ein Getränk bestellt. Na, eigentlich ist es ja so, dass bei diesem Getränk oben irgendwelche Früchte drauf sind, aber die waren so ehrenwert und haben mir da einfach Gummibächen draufgepackt. Danke dafür. Guckt euch nebenbei diese Aussicht an. Wir haben jetzt gleich unsere Seenot-Reitungsübung. Da ziehen wir uns gleich unsere Schwimmwesten an. Und das habe ich auch schon in den letzten AIDA-Videos gesagt. Egal, wie oft man schon auf einer AIDA war, man muss jedes Mal diese scheiß Seenot-Reitungsübung machen. Es nervt, aber es ist halt wichtig. Das ist wichtig, dass ihr da... Wir sind heute auf See, wie der Name schon sagt. Und wir gehen jetzt gleich erstmal frühstücken. Leute, wir sitzen jetzt gerade in der Bar und haben gerade Romy gespielt. Es ist hier gerade so ein Vortrag über eines der Ziele von unserer Reise. Ist ein bisschen langweilig, weil es nur so in Fahrradtouren geht, aber sonst eigentlich ganz cool. Leute, ich glaube, ich habe das im letzten Video auch schon gesehen. Ich bin hier in so einer richtig coolen kleinen Insel drin. Das ist so eine Summonie-Insel. Und... Ich freue mich, dass wir lernen. Es ist mega geil und chillig. Leute, wir waren jetzt lang genug bei uns auf dem Zimmer. Und wir gehen jetzt nochmal kurz nach unten. Und mein Bruder und mein Vater spielen da gerade schon Monopoly. Und da gucken wir kurz zu. Genau. So, und jetzt gibt's Abendessen. Oh. Okay, so disciples, wirβα So Leute, wie ihr hier gesehen habt, waren wir Buffalo Steakhouse essen. Jetzt ist es schon etwas später und ich glaube, wir durch die ganzen Gänge durch. Morgen ist unser erster Hafen, werdet ihr dann sehen und bis morgen. Guten Morgen, wir sind gerade aufgestanden und ich habe mich geduscht, wie man sieht. Und wir gehen jetzt gleich schon mal zum Frühstück. Leute, ich habe es ganz vergessen, wir haben ja heute unseren ersten Hafen. Wir sind hier in Ajaxo auf Corsica und wir gehen nachher gleich von Bord. Wir sind hier in Ajaxo auf Corsica. Leute, wir sind jetzt gerade erfolgreich von draußen zurückgekommen. Wir gehen vielleicht nachher noch mal kurz raus und haben gerade eben was gegessen. Und jetzt gehen wir einfach noch mal kurz ran. Denk mal, mein Bruder ist da gerade im Pool und ich gucke da ein bisschen zu. Leute, wir laufen in wenigen Minimen aus und können mal gucken, wie das aussieht. Musik 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 So Leute, wie ist es? Wir sind jetzt gerade wieder ins Zimmer gekommen und ich würde auch schon sagen, das war's mit diesen 1, 2, 3, 4 Tagen. Morgen sind wir in Rom. Ihr könnt gerne ins nächste Video einschalten. Je nachdem, ob das, wenn ihr das anguckt, schon hochgeladen ist oder noch nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschau. 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 Tschau.